Bei ihrem Auftritt in Frankfurt bekommt Loredana plötzlich eine Panikattacke. Doch die Goldrapperin behält ihre Nerven und geht extrem professionell mit der Situation um. Kennt die Panikattacke? Hat das jemand? Es ist immer sehr schwierig damit umzugehen, um ehrlich zu sein. Das kommt auch nicht wegen Aufregung, weil ich bin, um ehrlich zu sein, nie aufgeregt. Ich mag Menschen, ich habe keine Angst vor Menschen. Aber das ist so ein Ding, das man nicht kontrollieren kann. Und das hatte ich gerade erst das erste Mal auf der Bühne. Und ich bin gerade rausgegangen und alle meinten, du bist so glass. Und es ist einfach psychisch, keine Ahnung. Gerade geht es langsam weg. Ich hoffe, ich lasse es mir nicht so viel anmerken. Hattet ihr schon mal eine Panikattacke? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt es uns in die Kommentare.